So, jetzt kurz ein Blick nach vorn. Meine drei Alpha. Verstärkte zweite L290. Klärt auf ab 11.05 Uhr. Greift an ab 11.08 Uhr. Mit einem verstärkten Panzerzug als Gefechtsaufklärung voraus. Zunächst, äh, korrigiere. Zwei Panzergranadierzügen links. Zunächst hintereinander. Hier Schwerpunkt. Panzerzug bindet Feind aus überhöhter Stellung und überwacht Angriff. Zwei Grenadierzüge auf Angriffsziel. Das Ganze mit Unterstützung Artillerie, um Voraussetzungen für den weiteren Angriff des Bataillons Richtung Norden zu schaffen. Timonierzüge auf Angriffsziel. Ziehen Sie sich Value an dovenen. Vielen Dank für's Zuschauen.